Willkommen bei ProfiSchnap.de Easy Swing von Himmola ist heute das Objekt der Begierde Ein Gelegsessel der Spitzenklasse mit sehr softem Sitzkomfort Sie sitzen richtig drin in einer Schalenform Der Sessel, wo ist das Speyschild hier? Der Sessel ist elektrisch mit Akku, höhenverstellbar Ein Leder Long Life Soft Chill, 85 cm breit Ein Kundensterno Was heißt das? Kunde hat bestellt Kunde hat nicht abgenommen Für alle Größen geeignet, wegen diesem Hebel So für klein und so für groß Höhenverstellbar Hier ist der Akku, der ist abnehmbar Wieder steckbar So wie das ausschaut, ist er jetzt gerade leer Müssen wir mal schauen Nein, er ist nicht leer Also kann ich Ihnen die Fernbedienung aus der Tasche holen Und zeigen was der Sessel kann Die Zunge kommt raus Das ist übrigens die Schnelltaste Da brauche ich bloß eine Taste drücken Dann kommt die Zunge raus und der Rücken geht nach hinten Oben habe ich auch elektrisch hier Noch eine Kopfteilverstellung Ich hole mir dann den oberen Rücken vor Und schaue dann nach vorne und nicht nach oben Tolle Bequemlichkeit, strapazierfähiges Long Life Leder Warme Farbstellung Man will gar nicht mehr aufstehen Eine Taste, kein Kabel mit dem Akku Akku alle 4 bis 6 Wochen laden Jetzt muss ich das Kopfteil ein bisschen nach hinten machen Und schon haben Sie wieder einen tollen Sessel Wo Sie kein Kabel brauchen Damit können Sie den auch mitten im Raum stellen So, ganz normaler Sitzkomfort jetzt Wo ist die Tasche? Da stecke ich die Fernbedienung rein Ist sie aufgeräumt? Brauchen wir nicht suchen Hier kann ich auch noch ein bisschen runter gehen Wunderbarer Sessel Easy Swing Heißt er glaube ich Easy Swing Jawoll, für Sie Ist das was? Dann schnappen Sie zu! Dankeschön Und Tschüss!